Ich heiße Prof. Dr. Jürgen Friedrich Hake. Willkommen in der HBRS. Schön, dass Sie gekommen sind. Am 8.04. hat die Initiative Fridays for Future ihren Forderungskatalog vorgestellt. Und eine der Forderungen lautet, dass bis zum Jahresende jedes vierte Kohlekraftwerk geschlossen werden soll. Wie realistisch ist das Ihrer Meinung nach und wie gut umsetzbar ist das? Ich halte das nicht für umsetzbar, um das ganz kurz und knapp zu sagen, weil solche Systeme sehr komplex sind. Es sind viele Akteure an diesen Entscheidungen zu beteiligen. Und man schaltet ein Kraftwerk nicht einfach ab, indem man einen Knopf drückt, sondern das muss geordnet runtergefahren werden. Und man muss letztendlich auch eine Alternative haben. Welche Schritte wären denn von der Bundesregierung nötig, um die Etappenziele für 2020 erreichen zu können? Es geht nicht darum, Ziele ständig zu verschärfen und ständig weiterzuentwickeln. Man muss mindestens genauso viel Energie und Zeit und Arbeit darauf verwenden, zu zeigen, wie man denn diese Ziele erreichen will. Und da hapert es, weil diese Ziele auch natürlich von einzelnen Akteuren enorme Anstrengungen bedeuten. Also wenn sie aus der Kohle aussteigen, wird das in der Branche mit dem Verlust von Arbeitsplätzen einhergehen. Und sie müssen ja Leuten dann auch da Alternativen bieten. Sie können ja nicht einfach sagen, ab morgen geht ja alle nach Hause. In welchem Sektor sehen Sie denn die größten Schwierigkeiten und die größten Abweichungen vom geplanten Ziel 2020? Also ich denke, wir sind, was den Umwandlungssektor angeht, die Stromerzeugung, sind wir relativ weit vorangekommen. Wir haben Windkraft, Photovoltaik und all das da ausgebaut, sodass wir sagen können, wir haben im Vergleich zu vor zehn Jahren eine deutliche Zunahme bei erneuerbaren Energien erreicht. Das reicht aber eben nicht. Die Energiewende ist nicht eine reine Stromwende, sondern wir müssen auch die Wärmeerzeugung betrachten und wir müssen den Verkehrssektor angehen. Das sind alles gewachsene Strukturen. Und wenn wir die verändern wollen, dann ist das eben nicht nur wieder eine Frage des Geldes, sondern auch eine Frage der Infrastrukturen, die ich neu schaffen muss. Und das sind alles Umstellungen, die erfordern, so bedauerlich das für den einen oder anderen klingen mag, die erfordern Zeit. Eben nicht nur Geld und das ist auch nicht eine Frage, je mehr Geld, desto schneller, sondern es geht darum, dass man diese Anpassungsprozesse eben einfach gestalten muss. Würde es jetzt Faktoren geben, anstelle vom Staat, die diesen Energiewende-Zielen mehr im Weg stehen? Na, erstmal muss man sehen, dass es ja nicht alleine um den Staat geht, sondern es gibt bestimmte Dinge, die auf Bundesebene geregelt werden müssen. Es gibt aber auch länderspezifische Aspekte und es gibt lokale, städtische Aspekte. Und nur wenn das Hand in Hand geht, dann wird so eine Energiewende technisch-ökonomisch gelingen. Ökologisch dann auch in der Zukunft. Wie schätzen Sie denn die Speichermöglichkeiten bei dezentralen Systemen ein? Das ist einfach letztendlich auch wieder eine Frage, wer die Speichermöglichkeiten bezahlt. Wir wissen, wie man lokal Energie speichert. Wir wissen im Prinzip, wie wir Batterien betreiben. Sie wissen das in Ihrer ganzen Consumer Electronics. Sie wissen, was bei Ihrem Laptop. Sie haben Akkus in allen Ausprägungen. Sie haben die nur nicht in dem supergroßen Maßstab, dass Sie sagen können, wir haben einen Stromspeicher für eine Großstadt und das ist es. Aber wir wissen, dass man Strom umwandeln kann in Wasserstoff zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen. Und auch da ist es mehr die Frage, technisch wissen wir das, aber Wasserstoffspeicher haben eben auch naturbedingte Nachteile. Kommen wir zuletzt und zur auch sehr interessanten Frage. Welche Möglichkeiten zur Energieeinsparung nutzen Sie denn persönlich? Ich achte sehr auf den Energieverbrauch, also Strom- und Gasverbrauch meines Hauses. Ich führe persönliche Aufzeichnungen. Ich kann Ihnen also so einen zeitlichen Verlauf, jede Woche kann ich Ihnen zeigen. Ich fahre selber viel Fahrrad. Ich thematisiere das auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Professor Hake, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Interview und wir sehen uns gleich in der Ringvorlesung. Ja, freundlich. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.